Stimmzettel bei Twitter Wenn er sein Nein zur Wiederwahl von Angela Merkel als Bundeskanzlerin bei Twitter postete, muss ein Affdabgeordneter Strafe zahlen. Doch das ist noch nicht alles. Peter Beistron hatte bei der geheimen Wahl am Mittwoch seinen Wahlzettel, auf dem er Nein angekreuzt hatte, fotografiert und das Bild im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Der Abgeordnete aus Bayern kommentierte das Foto mit den Worten Nicht meine Kanzlerin. Nicht meine Kanzlerin. Victorstwitter.com Web-Link Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erklärte daraufhin, gegen Beistron sei ein Ordnungsgeld verhängt worden. Aus der Bundestagsverwaltung hieß es, ob Beistrons Stimme durch die Veröffentlichung womöglich ihre Gültigkeit verliere, werden noch geprüft. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Wie es in einer Stellungnahme der Chefredaktion, bei dieser Werkehrechung, bei der Sieg Bopper, der Sieg Bopper, der Sieg Bopper der Werkehrechte, Temperatur, der Sieg Bopper, der Sieg Bopper. Wie es in der Beschäftigten, der Sieg Bopper berhängt, der Sieg Bopper an, der Sieg Bopper oder Sieg Bopper werden lassen.